Grüezi und herzlich willkommen in Mutenz. Mein Name ist Bastian Himmelein und ich freue mich sehr, den neuen und strategisch wichtigen Standort von Valiant im Baselbiet zu eröffnen. Mutenz hat sich in den letzten Jahren vom Dorf zur lebendigen Leitstadt entwickelt. Seit bald zwölf Jahren lebe ich hier in der Region und bin bestens verankert. Mein lila Team und ich sind in der Umgebung gut vernetzt und bieten Ihnen ein attraktives Angebot an Finanzdienstleistungen. Die neue Geschäftsstelle an der St. Jakobstraße 108 C in Mutenz ist optimal erreichbar. Sie befindet sich in der Nähe des St. Jakob Parks und mitten im bedeutenden Arbeits- und Wirtschaftsstandort vor den Toren von Basel. Wir laden Sie herzlich zum Tag der offenen Tür am 1. Dezember ein. Gerne geben wir Ihnen jetzt schon einen Einblick in unsere neuen Räumlichkeiten. Wir befinden uns hier in der modernen Kundenzone mit Videoempfang. Per Knopfdruck erscheint eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter aus dem Kundencenter auf dem Bildschirm. Herzlich Willkommen bei der Valiant Bank. Unser modernes Geschäftsstellenkonzept verbindet die persönliche Beratung mit digitalen Kanälen. Egal ob physisch oder digital, wir gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein. Sie wünschen eine persönliche Beratung vor Ort? Vereinbaren Sie einen Beratungstermin via Telefon oder ganz einfach online? Ich berate Privatkunden, wenn es um Fragen zu Anlagen, zum Finanzieren oder zur Vorsorge geht. Im persönlichen Gespräch finden wir die richtige Lösung für Sie. Als Finanzplaner berate ich Sie rund um das Thema Vorsorge und helfe Ihnen dabei, Ihre vorzeitige Pensionierung zu realisieren. Auch unsere Firmenkunden sind bei der Geschäftsstelle Muttens gut beraten. Die Unternehmen aus der Region finden bei uns die optimalen Lösungen für Ihre ganz besonderen Bedürfnisse. Wir beraten kompetent und auf Augenhöhe. Der Sergün Demir und ich unterstützen das Team bei spezifischen Anliegen von Unternehmenskundinnen und Unternehmenskunden. In der diskreten Selbstbedienungszone können Sie Ihre Bankgeschäfte einfach und selbstständig erledigen. Unsere Mitarbeitenden aus dem Kundencenter unterstützen Sie gern dabei. Kommen Sie am neuen Wallian-Standort an der St. Jakobstraße 118 Muttens vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Kommen Sie am neuen Wallian-Standort an der St. Jakobstraße 118 Muttens bei spezifischen Anliegen von Unternehmenskundinnen und Unternehmenskundinnen und Unternehmenskundinnen und Unternehmenskundinnen und Unternehmenskundinnen und Unternehmenskundinnen und Unternehmenskundinnen. Kommen Sie am neuen Wallian-Standort an der St. Jakobstraße 118 Muttenskundinnen und Unternehmenskundinnen 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 und Unter